Ich bin aufgewachsen in Österreich. Ich bin sehr vertraut mit der Kristallnacht, der Nacht des zerschlagenen Glases. Das war ein Pogrom gegen die Juden 1938 durch die Nazis, vergleichbar mit den Proud Boys. Mittwoch war der Tag des zerschlagenen Glases in den USA, das zerschlagene Glas in den Fenstern des Kapitols. Präsident Trump ist ein gescheiterter Führer. Er wird in die Geschichte eingehen als der schlechteste Präsident aller Zeiten. Das Gute ist, dass er bald so unwichtig sein wird wie ein alter Tweet. Die, die denken, sie könnten die Verfassung der USA kippen, sollen wissen, ihr werdet nie gewinnen. Gewählter Präsident Biden, wir stehen hinter Ihnen, heute, morgen und für immer. Für die Verteidigung unserer Demokratie gegen die, die Sie bedrohen.